ID Logistics ist eine internationale Gruppe, die Logistik-Dienstleistungen für E-Commerce, Einzelhandels- und FMCG-Unternehmen anbietet. Wir besitzen 350 Standorte auf der ganzen Welt. Wir befinden uns gerade in Wirwitz, in der Nähe von Breslau, in einem Lager, das wir für unseren Kunden, einen der weltweit größten E-Commerce-Anbieter, betreiben. Bei der Ausstattung unserer Lager setzen wir stets auf innovative und moderne Lösungen, die Sicherheit und Ergonomie sowie eine hohe betriebliche Produktivität gewährleisten. Wir haben 100 moderne EKS 412 S-Kommissionierer geliefert. Die Kommissionierer sind sowohl in engen als auch in breiten Arbeitsgängen in Betrieb. Sie ermöglichen die Kommissionierung von Waren auf 11,5 Meter Höhe. Die Kommissionierer wurden mit speziellen Sicherheitssystemen, unter anderem einer Induktivführung, einem Floorsport-System sowie einer elektrischen Blockade von Barrieren ab einer gewissen Hubhöhe ausgestattet. Das Besondere an diesem Lager ist, dass es einen Betrieb rund um die Uhr sieben Tage die Woche erfordert. Deshalb haben wir hier Kommissionierer mit Lithium-Ionen-Batterien eingesetzt. Dank des schnellen und einfachen Aufladens über eine bequeme Ladesteckdose ermöglichen sie einen kontinuierlichen und nahezu unterbrechungsfreien Betrieb, auch im Dreischichtbetrieb. Die an den Kunden gelieferten Ladegeräte können dank ihrer enormen Leistung die Kommissionierer sehr schnell aufladen. Im Rahmen des Projekts haben wir auch eine Induktivführung von über 12 Kilometer Länge verlegt. Das erlaubt den Bedienenden eine sichere und effiziente Kommissionierung, unabhängig davon, in welchem Arbeitsgang sie sich gerade befinden. Eine spezielle Lösung, die auf Kundenwunsch angewendet wurde, waren die Kommissionierungseinheiten, die sowohl zusammen mit EKS 412S-Kommissionierern als auch mit Logistikschleppern betrieben werden oder für den klassischen manuellen Transport dienen können, der eine Kommissionierung aus den niedrigsten Lagerungsebenen ermöglicht. Für den Betrieb unserer Kommissionierer können wir mit Jungheinrich auf einer Langzeit-Mietbasis inklusive vollen Wartungsservices zusammenarbeiten. Die größte Herausforderung des gesamten Projekts bestand darin, die sehr engen Fristen einzuhalten, die der Kunde von uns erwartete. Das Großprojekt von Jungheinrich, 100 Kommissionierer für unseren Betrieb zu liefern, stellte eine enorme Herausforderung für uns dar. Das Integrieren von Fahrzeugen auf einer laufenden Baustelle und deren Inbetriebnahme und Programmierung, während andere Montageteams tätig sind, waren weitere zu bewältigende Aufgaben. Ich kann ehrlich sagen, dass Jungheinrich dieses Projekt mit Bravour gemeistert hat. Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020